Nach der Musikkapelle aus Rhein-Pfalz folgt die Musikkapelle der Marksgemeinde Sibia. Musikkapelle der Marksgemeinde Sibia wurde im 1928. Musikkapelle der Marksgemeinde Sibia wurde im 1928. Musikkapelle der Marksgemeinde Sibia wurde im 1928. Und auch hier noch wunderbar bei uns bei den Marksgemeinden Sibia wurde im 1928. Musikkapelle der Marksgemeinde Sibia wird stets abgesetzt. Musikkapelle der Marksgemeinde Sibia. Musikkapelle der Marksgemeinde Sibia 1181. Musikkapelle der Marksgemeinde Sibia. Applaus 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 Ja, das meine Damen und Herren, war wie gesagt die älteste Kapelle unseres Züchbezirkes 1780, das 15. Jahr der Züchkapelle anraubt. Applaus 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 Die Kapelle steht unter der Leitung vom Kapellmeister Robert Schmidt-Hoffer. Startführer ist Geo Gittere. Die Kapelle 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 ist Geo Gittere. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, begrüßen wir recht herzlich mit großem Applaus die Jubiläumskapelle, die Bundesmusikkapelle, Straßen und der musikalischen Leitung von Alexander Volker. Schlafführer, Robert Eichberg, Günbüchsler, vor 31 Jahren, also 1821. Und jetzt hören wir mal das Geo Gittere. Die Kapelle ist Geo Gittere. Tschüs. Schlaf. Applaus Ja, das war die Jubiläumskapelle, die Bundesmusikkapelle Straßen, die an uns vorbeimarschiert ist und sie wird jetzt als letzte Kapelle an der Festkrise hier noch Platz nehmen und wir werden versuchen, dass uns das Wetter noch folgt ist, zumindest diese Festakt, die Befrocknen, über die Bühne zu bringen. Und für gestern sind wir hier bei uns hier, Nordic, an der Bühne, wo alle unsere Musikkapelle jetzt Ausstellung genommen haben und beweisen Sie sich uns fest anlässlich des Bezirksmusikfestes 2019 hier in Straßen. Musik 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 Applaus Applaus Herzlichen Dank, Herr Vizepräsidentin Martin Bota für die Interaktion. Dieser Bestfühle, Herr André, ist die Kritik in unserer Festakte.